Herzlich Willkommen Liebe 3D-Druckfreunde zu Willis Fragen über Fragen. Mein Name ist Willi. Wer das Format noch nicht kennt, schaut mal oben in die Playlist rein. Da erkläre ich euch, um was es hier geht. Und zwar haben wir heute das Thema PETG. Ja, und es geht hier wirklich um eure Erfahrung. Ich drehe nämlich jetzt gerade für das Wochenende das Video, weil viele von der Community wieder gefragt haben, Willi macht doch mal ein Video beim Viper, aber das Viper ist ja egal. Das geht hier bei jedem Drucker, wie du PETG druckst. Ja, also und da kam mir doch die Idee, euch auch nochmal zu fragen und das vielleicht ein bisschen so mit reinzubringen, wie ihr das handhabt. Würde mich freuen, wenn ihr hier mitmacht. Und ich möchte hier auch nochmal Eigenwerbung machen von meinen letzten Fragen über Fragen. Das Video für das Weihnachtsspecial heute oder gestern war ja Mittwoch, der Einsendeschluss. Und ich bedanke mich hier nochmal bei der WhatsApp-Gruppe, die da zahlreich mitgemacht haben. Aber ich würde mich freuen, wenn noch ein paar Sachen von euch kommen würden für meinen Weihnachtsspecial, was ich vorhabe, wo ich mich auch nochmal bedanken möchte bei euch. Und wenn ihr Bock habt, zeigt mir doch einfach eure Weihnachtsdrucke, eure Projekte oder Geschenkideen, die ihr macht. Vielleicht ein kurzes Video. Ich blende hier nochmal die E-Mail-Adresse ein. Ist auch nochmal in der Beschreibung. Stichwort Weihnachten. Mich würde freuen, wenn ich bis Sonntag, weil dann muss ich auch bald das Video drehen. Also soweit ist es ja schon gedreht. Ich würde aber gerne eure Sachen mit einblenden, eure Videos auch benennen, wenn ihr das wollt. Schaut euch vielleicht nochmal das letzte Fragen über Fragen Video an. Wäre froh, wenn noch einige hier mitmachen würden. Und ja, kommen wir aber wieder zum Grundthema. Und zwar haben wir hier PETG. Und wie ihr schon im Intro gesehen habt, habe ich tatsächlich was gefunden, was absolut günstig war. Ich will das jetzt einfach mal ausprobieren, weil ich fast gar nicht glauben kann, das geht jetzt praktisch die Kilorolle, das Kilo nur 10 Euro kosten. Oder 11, sagen wir mal so. Also, ich bin mal gespannt auf die Qualität. Natürlich, falls das nicht funktioniert, habe ich noch ein PETG, was auf alle Fälle funktioniert. Und da gehe ich halt praktisch auch nochmal mehr auf den Slicer ein, was man da einstellen kann. Viele werden es schon kennen, aber das ist natürlich ein Video, wo ihr mich gefragt habt. Und ich werde das auch tun, wie bei dem letzten Video. Also, seid gespannt. Ich bin es auch. Aber, wie gesagt, mich würde nämlich interessieren, wer schon Erfahrung damit gemacht hat. Schreibt mir doch mal eure Erfahrungen rein. Welche Einstellungen, welchen Slicer ihr benutzt, ist auch ganz wichtig. Drucker und ob ihr, oder auch Filament ist natürlich auch wichtig. Wenn ihr sagt, ich schwöre auf das Filament, das funktioniert immer. Also, alles interessant, schreibt es rein, kommentiert das. Würde mich echt freuen, wenn da einiges jetzt passiert. Am Wochenende kommt, wie gesagt, mein Video dazu. Und vielleicht kann ich das eine oder andere mit reinbringen. Ja, also, das war es wieder mal. Fragen über Fragen. Ja, die einen denken, was ist denn jetzt hier los? Aber viele, die mich jetzt schon kennen, auch meine Videos schon sehen, wissen, um was es hier geht. Und ich will, wie gesagt, nochmals Werbung machen, weil ich habe da wirklich was Nettes vor. Ich hoffe, dass es nett ist. Hier, ja, zeigt euer Weihnachtsdrucker, Projekte, macht ein kurzes Handy-Video, sagt irgendwas dazu. Wenn ihr das nicht wollt, ist auch nicht schlimm. Schreibt in die E-Mail rein, ob ich euren Namen benutzen darf oder nicht. Alles nochmal in dem letzten Frage-über-Fragen-Video. Aber ich würde mich freuen, wenn von euch da draußen noch ein paar Videos reinkommen für mein Video. Und zwar Weihnachtsspecial. Also, wie immer bedanke ich mich. Wer es noch nicht getan hat, würde ich mich freuen über ein Abo, ein Like und aktiviert die Glocke. Damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und ja, die, die mich noch nicht kennen, schaut mal in meinen Kanal rein. Da ist bestimmt das eine oder andere Video dabei. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, würde ich mich freuen auf eure Meinung, Erfahrungen. Und ich bin gespannt, wie immer. Danke, euer Willis 3D. Ciao, bis zum nächsten Mal. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas!